Faktor 11x Habe den Mut, große Sprünge zu machen, finanziell und auch privat, ob beruflich oder privat. Hier eine kurze Instruktion, eine kurze Einweisung, worauf wir achten sollten. Es geht nämlich darum, den Fokus auf die wesentlichen Ertragstreiber zu legen. Den Fokus auf die eigene Berufung, auf die eigene Mission. Den Fokus auf die eigene Vision. Denn die Umstände und das Umfeld sind jetzt optimal. Wir leben im digitalen, goldenen Zeitalter. Also wir haben jetzt Hebelkräfte, die vorher nicht da waren und die sollten wir auch nutzen. Aber es geht auch darum, dass wir bestimmte Modelle auch umsetzen. Mein Name ist Herr Rado Joaquin Lempe. Man bezeichnet mich auch als den digitalen Business-Strategien. Ich selbst habe mich als Business-Germane positioniert, denn ich kann beide zusammenbringen. Beide Welten. Business und Spirit. Mein Anliegen ist, deinen sofortigen Erfolg zu erreichen durch Know-how-Transfer. Ob in Seminarform oder Webinarform oder in Online-Kursen. Es geht nämlich darum, den Nutzen zu erhöhen und das können wir heute wunderbar machen durch sogenannte Sales-Funnels oder integrierte Internet-Strategien. Natürlich setzt das voraus ein gewisses IT-Verständnis. Deswegen machen wir ständig diese Webinare, Ausbildungen, damit wir ein Verständnis haben. Zum Verständnis gehört natürlich, dass wir auch den Trichter verstehen, dass wir auf den Trichter kommen. Einen Verkaufstrichter, es gibt viele Modelle, möchte ich kurz hier aufzeigen, wie wir von der Akquisitionsphase zur Kontaktphase kommen. Viele Kontakte führen zu Kontrakten. Wenn wir ein Profil haben, kriegen wir auch Profit. Was sehr stark vernachlässigt wird, sind die Beziehungen, die Beziehungstiefe. Dazu gibt es Vertrauensphasen, die man aufbauen kann. Ich gehe heute gar nicht so in die Tiefe, sondern es geht darum, dass die Angebotsphase viel leichter läuft, wenn vorne dran die Arbeit richtig getan worden ist. Dann kommt es in die Verhandlungsphase. Da muss man abschlusssicher sein und auch argumentationsfest. Und das Allerschönste ist, wenn wir eine wertschöpfende Tätigkeit haben, dass der Kunde Customer Lifetime Value sozusagen längerfristig bei einem bleibt und uns weiterempfiehlt. So erreichen wir bessere Aufträge, eine bessere Auslastung und das mit meinen Lieblingskunden, mit Premiumkunden. Und das nenne ich Faktor 11x. Zeit, dieses kleine Denken rauszuschmeißen, die Begrenzungen zu verändern. Gebt mir einen Punkt, wo ich hintreten kann und ich bewege die Erde. Und es ist soweit. Dieser kleine Punkt, den möchte ich euch heute hier geben. Worauf fokussiert ihr euch? Worauf habt ihr mit der Hebelkraft die beste Wirksamkeit? Die Kunst ist, an der richtigen Stelle oder an den richtigen Stellen zu drehen oder anzusetzen. Und nach dem Pareto-Prinzip haben wir sowas ähnliches. Es kann 10-90 sein oder 20-80. Also diese 80-20-Regel, dass zum Beispiel 80% der aufgewendeten Zeit bringen oder 20% der Ergebnisse. Wir wollen das umdrehen, auf den Kopf drehen. Wir wollen uns darauf fokussieren, auf die Hebelkräfte. Wo kann ich mit Minimalaufwand ein Maximum erreichen? Was sind die Hebel, die ich ansetze, damit ich praktisch 80% des Umsatzes erreiche? Welche Verkäufer machen 80% der Umsätze der Verkäufe? Also Pareto-Prinzip nochmal kurz mal aufgefrischt. Und aus dem Pareto-Prinzip habe ich einige Dinge mir herausfokussiert, wie wir Faktor 11x erreichen können. Also es heißt praktisch, den Umsatz zu verelfachen, indem wir uns auf die richtige Strategie konzentrieren und Energie reinbringen. Begeisterung, da steckt auch das Wort Geist drin. Enthusiasmus, Engagement. Wenn wir beides koppeln, das Mind-Design und das Business-Design. Wobei sogar das Business-Design eine richtige, fundamentale Unterstützung bekommt. Wenn wir aus der Unternehmerpersönlichkeit die Unternehmerenergie richtig einsetzen, können wir noch besser das Geschäftsmodell nach vorne bringen. Es gilt, sein Mindset zu überprüfen und an den richtigen Stellen sich neu auszurichten. Willkommen beim Business-Mind-Design und willkommen beim Business-Design-Entwicklungsmodell. Hier eine kleine Landkarte. Weitere Landkarten gibt es in den Webinaren, Seminaren oder im Einzelcoaching. Um ein Geschäftsmodell optimal zu entwickeln, bedarf es folgender, sage ich mal, Kuchenstücke oder Felder. Wichtig ist die Positionierung und die Positionierung ist im Einklang mit der inneren Positionierung. Die äußere Positionierung auf dem Markt ist im Einklang mit dem Mind-Design, mit dem Personal Branding. Um uns richtig zu fusionieren, haben wir heute Hebelkräfte und das ist die Internetstrategie. Um schnell in den Markt reinzukommen, in die virtuelle Welt und damit Kunden zu gewinnen. Am besten sind es die Premium-Kunden, noch besser die Super-Premium-Kunden, die auch hohe Preise akzeptieren, weil sie einen herausragenden Nutzen bekommen über unsere Produkte und Angebote. Um ständig neue Premium-Kunden und Interessenten anzugewinnen, ist ein gescheites, ein cleveres Internetmarketing sehr sinnvoll. Dazu gibt es Business-Konzepte und sogenannte Blueprints, die sich dann auszeichnen in Sales-Fundles. Investiert in eure digitale Kompetenz und dann kommt ihr viel, viel schneller voran und eure Marke, eure Firmenmarke wird wertvoller. Und vor allen Dingen, ihr werdet als Experte, als Personal Brand wahrgenommen im Markt. Das ist Business-Transformation und Business-Design. Ich kann euch nur wärmstens empfehlen, jetzt eine Entscheidung zu treffen, für mehr Erfolg und rauszukommen aus der Klammer der Stagnation, der Wiederholungsmuster und der Blockaden, löst die energetischen Handbremsen und meldet euch zum Faktor 11x. Jetzt sind es noch kleine Gruppen, die wir aber immer weiter ausbauen werden. Aber jetzt ist die Dynamik da, um aus der Kombinatorik und der Wechselwirkung richtig Kraft zu holen, ein eigenes Higgs-Feld zu erzeugen. Leverage bedeutet nichts anderes als Hebelwirkung, der allgemein eine Situation beschreibt, bei denen kleine Änderungen einer Variablen zu großen Ausschlägen im Resultat führen. Deine kleine Veränderung ist, eine Entscheidung zu treffen und zu sagen, ja, ich gehe tiefer, ich bin ermutigt, ich schaue mir an, was der Herr Rado Harkin-Lempe so alles macht. Gehe mal mit den falschen Werkzeugen ran, haben wir eine schlechte Umsetzung. Gehe mal mit der falschen Strategie, haben wir schlechte Ergebnisse. Deswegen meine Empfehlung, mein Aufruf, setze die richtigen Tools an der richtigen Stelle ein. Und was solche Tools sind oder wo ich mich darauf fokussiere, das möchte ich nur ein kleines Sahnehäubchen geben. Fokussiere dich zum Beispiel auf ein Lead-Magnet, auf ein Produktangebot. Und fokussiere dich auf Super-Premium-Kunden und bringe beides zusammen. Dein Lead-Magnet mit diesen potenziellen Kunden. Und du wirst sehen, es verändert sich einiges. Der Fokus liegt auf Promotion. Das ist natürlich auch eine Promotion. Aber nutze diese Promotion, um selbst die PS auf die Straße zu bringen. Gehe neue Wege, entdecke neue Möglichkeiten. Habe den Mut und das Vertrauen, in das eigene Business zu investieren. Lass dich nicht abraten von anderen, was zu tun ist. Sondern gehe wirklich deinen Weg unter business-schamane.de-business-boosting. Kann man sehr gut merken, Business-Boosting. Oder ihr schreibt bei Google rein, Business-Boosting-Extreme-Seminar. Dann wird er zu dieser Unterseite geführt. Da gibt es weitere Informationen und auch ein Download. Da gibt es auch diese Broschüre zum Downloaden, die sehr wertvoll ist. Da folgen mehrere Reports. Die meisten sind ja schon bereits in der Business-Boosting-Facebook-Gruppe. Falls noch nicht, bitte einfach heute noch eintragen, wenn ihr schon unter Facebook unterwegs seid, in die Facebook-Gruppe Business-Boosting. Ansonsten bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit und wünsche euch einen tollen, erlebnisreichen Tag und gute Aufträge jenseits eurer Vorstellung. Mein Name ist Herrado Joaquin Lempe und wenn ihr Fragen habt, meldet ihr euch. Besten Dank und Welcome! Danke! Danke! Danke!